So, 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 hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime 2. So, hier sind wir in einem Raum mit ganz vielen Türen. Oh, yeah. Oh, Gott. Ich hasse dieses Level hier, dieses Spiel. Es ist mal wieder ein Wasserlevel. Wer hätte es gedacht, dass ich Wasserlevel hasse? Das habe ich ja noch nie gehabt. So, hier ist erstmal eine Speicherstation. Das ist gut. Dann gibt es hier einen neuen Gegner. Ja, das war perfekt. Kann ich den irgendwie scannen vor dir unten? Ich fürchte nicht. Ja, ihr seht schon, wir sind komplett unter Wasser. Doch, den kann ich scannen. Der prät. Ich hasse dieses Level hier. Ist einfach nur nervig. So, wir springen erstmal komplett runter. Weil, hier gibt es nämlich was, wo wir uns komplett hochschießen können. Das ist übrigens auch ein neuer Gegner. Flip! Den möchte ich natürlich scannen, den neuen Gegner. So, wo ist er? Da ist er. Du bist ein Block. Kein Julien's Block, sondern ein normaler Block. Hahaha. Ja. Und der ist ein bisschen nervig, der Gegner, weil... Der macht böse Sachen. Ups. Ja, der schwebt sich auf einen so zu. Und macht Schaden wie sonst was. So, komm her. Komm her. Put, 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 put. Und, put, put. So, weg mit dir. Lass da ein bisschen Siff hinterlassen. Ist nicht schön, wo dir. So, aber komme ich durch irgendwelche Türen durch? Ich befürchte ja nicht. Unten ist auf jeden Fall Gegner. Ja. Ich kann ja auch super ausweichen hier, ne? Ne, ich glaub, ich muss wirklich komplett zurück, weil hier kann ich gar nichts machen. Ich kann durch keine einzige Tür durch. Auf allem bin ich super schnell, oder was? Muss ich schon sagen. Alter, Gegner. Boah. So, hier kann der mich hochsliden lassen. Sliden, was? Egal. Na gut. Ich hab's euch gezeigt. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Wenn uns das Spiel schon sagt, dass es woanders weiter geht, dann wird es schon recht haben. Denk ich mal. Ach, komm, speichern ist Quatsch. Ihr braucht schon speichern. Äh, pup, 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 pup. Pup, 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 pup. Kann ich da überhaupt durch? Ja, natürlich. Ach hier, muss ich im Ball bleiben. Ich vergaß. Piu, piu. Ach, schön. Ist man so schnell mit dem Boost-Ball? Finde ich echt toll. So, wo muss ich lang? Geradeaus, immer geradeaus. Okay. Am besten darüber. Wer auch immer mich jetzt schon wieder gehittet hat, ich weiß es nicht. Das ist... Da, da. Genau. Piu. Dü, 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 dü. Lasst mich durch die Tür durch. Danke. Da kommen wieder meine allerliebsten Lieblingsgegner. Den Brauch hier. Das war ja im letzten Part genialistisch. Hallo, Vögel! Oder Flederbäuse, oder was auch immer das ist. Da haben wir wieder das alte Problem. Vögel oder Flederbäuse. Leider Insider. Am Rand. Gibt es hier hinter vielleicht irgendwas verstecktes? Ich hätte ja da als Entwickler was dahinter gesetzt. Aber gut. Was versteht da? Egal. Irgendwas steht da. Wir gehen zurück. Wir werden noch ein bisschen was in dem Part schaffen. Gehen wieder ab mit Supertempo. Müsst uns eigentlich voll auf den Boden drauf pressen. Mit so einer Geschwindigkeit. Aber gut. Hallo, es ist Samus. Natürlich. Das ist natürlich... Ne? Samus-Video steht sogar in den Gesetzen der Physik. Weil sie's kann. So, was kann ich hier machen? Hier ist ne grüne Tür. Hier ist... Wartet mal. Hier ist ne grüne Tür. Hier ist noch ne grüne Tür. Öh. Okay. Okay, hier ist ne grüne Tür. Das ist cool. Hi, dich hab ich gesehen, Kollege. Mems! Wow. Der ist von einer Supermissile tot? Das hätt ich jetzt nicht erwartet. Schön. Noch einer? Natürlich. Komm, lass mich dich anvisieren. Zack! Ich sterb von einer Supermissile. Ich bin jetzt aber entsetzt. Pumms. Bisschen Munition. Dankeschön. Wow, cool. Dankes Spiel. Bist ja richtig nett heute. Was ist denn los? Jetzt machen wir den super, super Schuss. Wusch! Schön. Kann ich hier irgendwas machen? Da drüben ist ein... Komm ich nicht hin? Oh ja, ist das hier? Ah, das ist doof. Ach, hier ist ne... Ah, ne gelbe Tür. Okay. Okay. Ich hab' ja schon verstanden. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Ich hab' ich gesehen. Hi! Die, 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 die. Ah, jetzt komm' ich auch hier durch. Schön. Ich könnte hier eigentlich mal die dunkle Welt wechseln. In die dunkle Welt wechseln. Aber was bringt's mir? Es bringt mir sogar ziemlich viel. Ah, das mach' ich doch mal direkt. Mal sehen, was ich da noch erledigen kann. Flup. Vielleicht muss ich ja sogar in die dunkle Welt. Man weiß es nicht. Mal schauen. Ja, unbedingt. In der Supermissile stehen uns jetzt ne Menge Türen offen anscheinend. Finde ich gut. Ich hab' ja schon gescannt, ja. Das war ich kurz verwirrt. So. Was sind wir denn hier? Ich hab' hier mal Verhältnisse. Wenn Dugby muss die Munition in die Schut. Und da seh' ich einen Mizzle Tank. Und da seh' ich einen Jäger-Ingen. Das will mir gar nicht gefallen. Komm her. Komm rein. Komm rein in den Kreis. Na, komm rein. Ich weiß, dass du's auch willst. Komm rein. Komm doch rein. Na komm, hier ist schön warm drin. Los, komm rein. Komm rein. Hallo? Willst du mich verarschen, ne? Komm rein. Komm rein. Komm schon. Komm schon. Na los. Alter, was zum Teufel. Komm her. Vieh. Danke. Ach, da ist noch so'n Vieh hier. Na komm her. Put, put, put. Dankeschön. Sieht auch so dämlich, diese Viecher. So, hier ist ein... Ach, da komm ich noch nicht ran an den... äh... ...missle Tank. Da brauch ich noch was... ...was ne Weile noch dauern könnte. Aber hier kommen wir hoch. Da ist noch zu. Uh, okay. Und auf der anderen Seite... ...da ist... ...auch nix. What? Okay. Hier kann ich noch gar nix machen. Interessant. Da gehen wir mal hier durch. Was sind wir denn jetzt? Was auf, Leute. Ich bin bestimmt richtig gegangen, ohne es zu wissen. Wie ich mich kenne. Da oben ist nix, ne? Ich hoffe einfach mal, dass da oben nix ist. Irgendwas hat mich zerstört. Wie ich denn jetzt? Ja, what the fuck? Was seid ihr für Viecher? Ich muss ich doch bestimmt scannen. Ach, nee. Okay. Deswegen war ne lila, ne Tür. Okay. Okay. Sehr verwirrt alles hier. Aber gut. Ach, jetzt sind wir auf dem Landeplatz. Aber in der dunklen Version. Ist doch bestimmt ein paar Gegner. Ich wollte es doch sagen. Na, kommt her. Komm her. Wie? Kommst du her? Danke. Noch irgendein Gegner? Der was von mir möchte. Komm her. Komm her. Nein, nicht mit mich. Nicht mich mit Licht angreifen. Nein. Kommst du her? Du willst nicht herkommen. Also gut. Dann töte ich dich eben. So, gibt's hier irgendwas, wo ich... Da komm ich auch nicht durch. Gut. Okay, hier muss ich ganz später erstmal her. Gibt's ja noch gar nix, was ich machen kann. Ja, what? Das verstört mich jetzt. Warum kann ich hier doch nichts... Das ist gar nix machen. Nee. Das sah so verdächtig aus. Die Wand. Lieber mal drauf schießen. Erst schießen, dann denken. Ne? Kennt man ja. So, ich brauche ein bisschen Lightbeam. Wäre toll. So, dann gehen wir hier halt wieder durch. Au, Gegner, hör auf. Alter. Gut. Du willst sterben. Oder geh halt zu von mir aus. So, dann gehen wir halt den ganzen lieben langen Weg zurück. Da hab ich hier noch nichts machen können. Was zum Teufel? Egal. Ich nehm's hin. Nein, ich hab keinen. Ja, schießt mich ab. Was machst du denn für Breakdance? Hallo? Geh ab, Kollege. So, jetzt sind wir aber wieder gleich beim Portal. Geh raus aus dieser verwirrten Zone hier. Total wild. Lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Ah. Ah. Lass mich weg hier. Gott. So, dann gehen wir jetzt hier durch. War das richtig? Das war... Richtig. Sammlungshof. Ach, ich bin bis davor in die dunkle Welt gereist. Gegangen. Okay. Das war ein weiter Weg. Interessant. Können wir hier denn vielleicht was machen? Fände ich toll ich und so. Ah, hier muss doch was gehen, oder? Da komm ich auf jeden Fall hoch zum erhabenen Tempel. Da will ich aber gar nicht hin. So, ich will hier hoch und flupp. Ah, hier gibt's doch bestimmt was. Äh. Äh. Ah. Okay. Muss ich mit Turbo rüber. Hab's ja schon verstanden. Was ist denn hier jetzt eigentlich? Äh. Okay. Okay. Ich glaub, das ist sogar richtig. Äh. Hörsene. Okay. So, jetzt langsam. Herr Leitzbier. Und sie auch genug Schwung holen vorher. Bevor es runter geht. Nämlich hier. Und. Hölle. So. Wo bin ich? Wo komm ich denn hier raus? Ich hab keine Ahnung. Da ging's auf gerade. da unten war der lille an der tür hat dies gesehen denn hier ist was versteckt genau und hier soll wir nämlich hin gut verändern würde ich sagen das machen wir im nächsten part hier diesen raum bis dahin würde ich sagen das wasser mal wieder für eure let's bleibt mit 2 und ich würde sagen man sieht sie dann im nächsten part wieder also bis dann leute